Hi Leute! Heute male ich für euch mit euch diesen Emoji. Und für diesen Emoji braucht ihr folgende Sachen. Ein weißes Blatt Papier, einen braunen Holzstift, einen rangenen Holzstift, einen gelben Holzstift, einen roten Holzstift und ein Radiergummi. Los geht's! Im ersten Schritt malt ihr den Emoji vor, also einen gelben Kreis malen mit eurem gelben Holzstift. Ihr müsst einfach einen Kreis malen. Wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr die Augen malen und für die Augen müsst ihr erst so ein kleines Dreieck malen und das müsst ihr erst vormalen. Und ich habe da auch ein bisschen für gebraucht, weil, ja, ihr seht ja, ich habe das jetzt nicht gerade so richtig in der Mitte gehabt. Das ist irgendwie so voll komisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann nachher noch besser, ja, verbessert, hingemalt. Und, ja, ihr müsst erst so, ja, so kleine Dreiecke malen, die dann in der Mitte so ein bisschen, ja, zusammen noch sind. Da stehen halt diese zusammengekniffenen Augen da. Und dann müsst ihr das noch ein bisschen doppelt malen. Dazu müsst ihr von den Ecken, äh, nach, zu der Mitte so ein bisschen dicker werden. Also ihr müsst an den Ecken anfangen, dann ein bisschen dicker werden zur Mitte und dann von der Mitte zur anderen Ecke wieder ein bisschen dünner werden, so wie ich das gerade gemacht habe. Und, ja, dann habt ihr auch schon die Augen fertig. Danach malt ihr den Mund. Dazu müsst ihr einfach ein Blechen im Mund malen. Dann malt ihr einfach so einen Strich und so einen Halbkreis dahinter. Da wird das so ein bisschen aus wie so ein Halbmond. Ja, und dann habt ihr schon den Mund. Wenn ihr das auch geschafft habt, malt ihr schon die Zunge. Dazu malt ihr einfach zwei Striche, äh, ein, ja, ein bisschen Abstand voneinander nach unten und verbindet die so ein bisschen mit, äh, in so einem, ja, Halbkreis. Und radiert dann noch den, äh, Rest von dem Mund und von dem Smiley-Rand, der da in der Zunge dann drin ist, noch weg. So, danach malt ihr die Zunge aus und dazu malt ihr erst einen Strich, bis zur, ähm, ja, bis vorher den, äh, ja, das so stark ausmalt. Und dann malt ihr das halt stark aus bis dahin und dann malt ihr das immer ein bisschen leichter aus. Und ihr werdet bis so ein bisschen von der Hälfte, von der, von unten so ein bisschen heller immer. Und dann werdet ihr wieder dunkler und ganz unten seid ihr wieder ganz dunkel. Dann müsst ihr also immer fester aufdrücken und wieder weniger aufdrücken, desto dunkler oder heller wird das. Und dann seht ihr, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe das nachher nochmal ein bisschen wegradiert, weil der, äh, ja, kannst du sagen, es ist irgendwie so ein bisschen hart war. Ich habe das irgendwie nachher nicht mehr so richtig bekommen. Äh, naja, ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Da bin ich mir sicher. Und dann malt ihr mit einem braunen Stift noch so einen Strich da rein. Das ist dieser Zungenstrich, der da mal drin ist. Jetzt müsst ihr euren ganzen Emoji-Gab ausmalen. Und dann bin ich wieder... Und wenn ihr dann auch das gemeistert habt, seid ihr schon fast am Ende. Jetzt müsst ihr nämlich den Mund ausmalen. Dazu nehmt ihr euren braunen Holzstift und malt das einfach in braun aus, was jetzt noch weiß ist. Und im letzten Schritt umrandet ihr euren Emoji mit Orange und dann schraffiert ihr von außen nach innen. Das ist so ein bisschen der Orange. Das seht ihr jetzt gleich noch. So, und jetzt fangt ihr an, von außen nach innen zu schraffieren. Also von außen fester aufdrücken und dann nach innen immer weniger aufdrücken, dass dann so ein bisschen heller wird. Also von außen ist das ein dunkler und dann innen so ein bisschen heller. Und dann gibt das nämlich so einen schönen Verlauf und dann wirkt das halt mehr 3D-mäßiger und sieht noch echter aus. So richtig, wie die Emojis da halt aussehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Sag ich doch mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.